Moin Moin und Hallo! Heute möchte ich euch Kirschlikör näher bringen. Das ist ein ganz leckerer, mit dem Aroma von Sauerkirschen hergestellter Likör. Oh, super lecker, sag ich euch. Der Alkoholgehalt bei Kirschlikörn liegt von 15 Prozent bis 35 Prozent und er wird meistens in solchen Shot-Gläsern getrunken. Gut gekühlt, lecker, im Sommer sowie im Winter, ein Genusswert. Aber es ist jetzt nicht ein Getränk, was in dicken, fetten Gläsern serviert wird. Nein, in so kleinen Shots oder so kleinen Karaffen könnt ihr ihn auch genießen. Man schüttelt sich ein wenig hinein und genießt es so ein bisschen, wenn man dran dippt, so lange, bis es dann weg ist. Und denkt daran, nicht zu viel, denn es sind viele Prozente dran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon soon!